Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von FallGuys und wir starten gleich mal eine Runde. Mal schauen wie lange die Folge jetzt wird. Ich kann da jetzt, weiß ich jetzt noch nicht, schätze mal so 1-2 große Runden, je nachdem wie lange ich drin bin oder halt nicht. So 10 Minuten oder eine Viertelstunde, je nachdem kommt drauf an, wenn es, ich sage ja erstmal 2 Runden, wenn die halt maybe longer werden, dann halt auch keine Ahnung 20. Aber das dürften sie jetzt erstmal nicht. Wahrscheinlich nehme ich jetzt noch für die nächsten 3 Folgen auch noch FallGuys auf. Ja, dann habe ich da erstmal ein bisschen was. Ich habe bisher eine Stunde, glaube ich, so ungefähr gespielt. Also der ist noch nicht so nice im Game. Aber ich denke, das wird jetzt was, auf jeden Fall. Wenn mir nicht immer irgendwelche Kabel schon in der Hand hängen würden vom Mike gerade. Ich habe auch absolut nice das Outfit, was man hätte haben können, oder? Ah, ich wusste es. Alter, was ist los? Autsch, dammit. Ey, Jungs! Nein! Hilfe, das ist mir wieder viel zu vieler. Es gibt doch überall noch andere Türen, Jungs. Einfach drüber, einfach drüber. Das sage ich immer. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Einfach, einfach versuchen irgendwie. Nein, das Stück. Nein, wenn ich jetzt deshalb verliere. Ah ja, Scam. Ich glaube, ich bin raus. Oder? Ah ne, ich habe mich gerade noch qualifiziert. Close. Alter. Ich dachte schon, ich bin raus. Das wäre es gewesen. Dann wäre die erste Folge perfekt gewesen. Also meine allererste Runde sah tatsächlich so aus, dass ich in der ersten Runde rausgeflogen bin. Weil es einfach, weil ich die Steuerung, also die Steuerung nicht so funktionär habe, wie ich dachte. Aber ich werde mich jetzt natürlich nicht rausreden, so. Aber let's go. So. Ah. Maybe mache ich auch zwischen den Runden vielleicht noch kurz einen Cut. Mal schauen. Wenn ich vielleicht nächstes Mal nicht dazwischen labere, dann ja. So. Oh. I hate it. Alter, nein. Was ist, was ist mit euch, Jungs? Ich werde gequält. Digga, ihr seid doch alle... Wie sollen wir das denn? Och, Jungs. Eine Zeit. Hilfe. Das ist unglaublich, wie die Leute hier draußen im Spiel. Ach, Mann. Was ist denn mit euch? Ey, ey. Warum? Ach, Mann. Ich... Ich glaube, die erste Runde ist auf jeden Fall jetzt schon wieder... Mit dem Wippen ist schon wieder komplett vorbei. Jo, wahrscheinlich gelb. Ah, okay. Das war die dumme Entscheidung. Ja, nice. Ich glaube, das war's. Ach, ja. Also, wenn ich nicht raus bin, dann weiß ich auch nicht. Dann freuen wir uns auf jeden Fall. Hä? Was ist das denn? Ach, ja. Lila ist halt anders, nice gerade. Ach, Jungs. Es sei doch... Och, jo. Wie soll das das werden? Ach, Mann. Ach, Mann. Ja, klären wir mich raus. Nice. Perfektor Start für die Folge. Hä? Woran fliegt? Oh, Mann. Ja, nice. Der Hinsender. Wow. Ach, ganz schön geil. Gut. Dann bis gleich in der zweiten Runde. So, da sind wir jetzt in der zweiten Runde. Achso. Und wir spielen in der Kreise. Ja, weiß nicht. Ich lag mir... War vorhin eigentlich gar nicht so schlecht. Komm. Los, Jungs. Oah. Oh, ja. Nein. Oah. 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 Digga. Ich find's. Ey. Drück mich dann. Oah. Junge. Jetzt mal kurz wieder ganz dick in die Hand nehmen. Hä? Oah. Ich dachte schon. Ich dachte eigentlich das Ding war schon quasi wieder vorbei. Ah. Perfekt. Ah. Perfekt. Oh. Ja. Let's go. Erste Runde. Solide überstanden. Perfekt. Das haben wir. Das haben wir. Da sehen wir uns gleich als nächsten. Oder? Maybe auch nicht. Vielleicht gucken wir noch ein bisschen den Leuten zu. Der scheint gut am Start zu sein. Auf jeden Fall sieht er nice aus. Wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus? Ja? Achso. Ich hab zweimal Zug gewechselt jetzt. Wenn mal wieder ein gleicher Zug schaut. Oder perfekt bin. Einfach Profi. Kann man nichts sagen, oder? Okay. Das war's. Oh, lol. Der hat er noch kurz getrollt. Der Dude. Und wir haben Horta. Oh. Das weiß nicht. Ich gehe noch besser als das Eierspiel. Aber. Ist auch nicht so der mega Fan von den Teamspielen. Los geht's. Kommt Jungs. Der Ball muss da hin. Nein. Hey. Hier ist der Ball. Der Ball. Der kommt dahinter. Rot hat einfach grad gar keinen. Ne. Das ist unser. Ey. Was soll das? Ich geh einfach mal zu blau. Und cash da was ab. Maybe. Schauen wir. Warum ist hier so viel rot? Ah. Das war zu spät. Aber der da vorne. Der sieht doch viel besser aus. Ja. Gut. Gelber teammate. Kommt den kriegen wir auch. Nein. Da war wieder blau. Ja. Schieb ihn raus. Das. Ach. Junge. Junge. Wir müssen aber da rüber. Junge. Oh. 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 Warum sind alle bei blau? Okay. Voll auf blau. Nein. Der geht zu rot. Wir haben Probleme. Ah. Hilfe. Wir brauchen noch einen Ball. Nein. Das gibt's nicht. Komm. Ach man. Ja. Nice. Wird wahrscheinlich ähnliche Runde werden. Oh. Let's go. Mann. Wir kriegen keinen Ball hier rüber. Oh. Die blauen Covern übel strong. Oh. Das war wieder los. Ah. Nee. Spieler wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh. Das. Ach man. Ey. Was macht der? Wir verlieren wirklich. Perfekt. Ja. Ich würd sagen. Fall ich schön runter. Perfekt. Ähm. Wenn euch die erste Folge von Fallgeist gefallen hat. Dann äh. Gebt der Folge. Ich denke. Ist zwar jetzt ziemlich kurz. Aber ähm. So zum reinkommen. Denke ich okay. Und wenn euch die Folge gefallen hat. Dann gibt der Folge gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Dann abonniert auf meinen Kanal. Dann bin ich raus. Und. Tschüss.